Hallo und guten Tag. Mein Name ist Katja Teichert, Geschäftsführerin der Talents for IT GmbH. Wir beschäftigen uns in unserem täglichen Arbeiten mit Kandidaten bzw. freien Positionen im Bereich Fach- und Führungskräfte IT-Spezialisten. Was bedeutet Candidate Excellence von Anfang an für uns oder Candidate Excellence? Für uns bedeutet es der perfekte Prozess, um einen Kandidaten im Prozess zu behalten, zu begeistern und dementsprechend für ein Unternehmen, für unsere Auftraggeber zu gewinnen. Mit kleinen Stellschrauben kann man in diesem Bereich in den Prozessen schon unglaublich viel tun. Und genau an diesen kleinen Stellschrauben möchte ich mit Ihnen in unserem Vortrag, in unserem Beitrag und dem Austausch mit Ihnen diskutieren, Ihnen praktische Tipps geben, was es gilt, heute im Kampf um die besten Köpfe zu beachten oder auch zu verbessern und natürlich die richtigen Kandidaten zu gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.